Hallo ihr Lieben, willkommen zu dem neuen Video auf Sellaella TV. Und zwar, wie ihr sehen könnt, also im Titel schon lesen könnt, den Originalen versus den Teddy, also unqualitätsvoll, Zirkel testen. Ob welches gut ist, weiß ich noch nicht. Und zwar habe ich hier ein Zirkel, Zirkel, sag ich schon, Zirkel von Mipen. Hier haben wir doch die, ähm, die Dose. Wahrscheinlich, ähm, ist es für mich die qualitätsvollste von Mimap, das Originale versus das Unoriginalesten. Es hat sehr viele Unterschieden von Zirkel, aber nicht so viele. Ich kenne nur zwei und sehr ohne mit Strich, das ist das einmal, und mit Strich und eine so mit Drehen, damit es so aufgeht und reingeht. Ich finde das wahrscheinlich für mich sehr, richtig qualitätsvoll. Das hier ist für mich ein Stück, wie soll ich das jetzt sagen, ein Stück Müll. Die Minen sind außergewöhnlich spitz, nicht so mein Ding. Dieses ist viel qualitätsvoller. Dick und dünn. Das sieht wie ein Kugelschreiber aus. Und zwar werden wir jetzt testen, also eine Blume herstellen. Und zwar habe ich euch eine vorgezeichnet. Also schon mal diese Blumen. Ja. Ich habe schon mal einen Kreis gemessen, weil, ja, weil ich die Kreise echt genug, nicht so ganz gut genug machen kann. Jetzt muss ich das gut einformen. Hier ist eine Fliege. Ein Kreis, wie gesagt. Hier auf der Linie müsste jetzt so ein Kreis hin. Daneben, wenn es nicht so gut wird, ist es nicht so schön. Ich habe schon eins gemacht mit diesem anderen Zickel von Teddy. Da, ja. Und ich habe es euch noch vergessen zu sagen. Ähm, dieses von Teddy, dieses Zickel, diese Mine, diese Mine da, dieses Bleistift, ist außergesprochen unbemerkt wahr. Aber, also, die sieht man fast nicht. Es ist nicht so schöne Blume, wie die anderen. Ja. Aber es ist jetzt nur für die Probe, ob das hier viel schöner macht, und nicht ausrutscht. Hier könnt ihr das sehen. Das sieht man undeutlich sehr gut. Ja, ich kann nichts dazu jetzt so viel sagen. Ähm, außergesprochen, wie gesagt, Ja. Ja. Und ich habe euch auch einen Test mitgebracht. Entschuldigung. Mir ist die Kamera runtergefallen. Da, ausgesprochen, finde ich, auf meine Art, den anderen Zickel viel, viel besser. Ich habe den Gegenstand nicht jetzt dabei, aber ich habe, ich kann eins machen mit euch. Ich muss nur die Mine reinmachen, weil ich habe die Mine hier mitgetan. Einfach so. Das ist die, die ist auch ein bisschen benutzt. Ich finde ausgesprochen, diese Döschen auch voll süß. Und hier hinten kann man auch diese, diese, ähm, Minen spitz machen, anspitzen, wenn die nicht, ähm, ich mache das hier jetzt mal ab. Es ist kompliziert, das hier so reinzumachen. Muss man das auch noch aufmachen und dann rein, zu, und dann auch zu binden, umdrehen. Fälscht. Das geht nicht rein. Wie gesagt, das geht gar nicht rein. Ich mache genauso fest, wie ich kann. es rutscht mir einfach nur auf. Ich kann da oben gar nicht fest. Oh. Es ist so anstrengend, wirklich. nicht schaff's einfach nicht. Diese Blume sieht man überhaupt nicht, finde ich. Also, wenn ich nicht blind wäre, dann weiß ich auch nicht. Ich finde diese Blume viel, viel besser und qualitätsvoll. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ja, es wird noch andere Videos, von mir kommen. Ja. Ja, ich sag schon die ganze Zeit, ja. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich abonnieren, nicht gezwungen, nicht, ja, nicht gezwungen, oder sowas. Auf gar keinen Fall. Ähm, ja. Ihr könnt mir abonnieren, wie gesagt, und auch noch liken. Ja, also vergisst es nicht. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü